Hi, ich bin kein geboren Fan und ich sage euch heute was man nicht machen darf, also bei dem Venus fliegen fallen und das ist erstens die ganze Zeit den Finger und noch irgendwas, also die ganze Zeit antäuschen, weil irgendwann, wenn man die ganze Zeit antäuscht und dann die ganze Zeit zu und auf gehen muss, dann geht die halt nach einer Zeit, nach einer kurzen Zeit ziemlich schnell kaputt und da sieht man auch ein paar kaputte, die sehen dann so aus, die sind dann so bräunig, dann muss man die halt im Wasser halten und man darf kein echtes Fleisch geben, ja, weil die essen, die fliegen ja nur, weil wo es den, wo es, wo die wohnen, da gibt es, ähm, brauchen die auch andere Nährstoffe dazu, also das ist in den Tieren drin, in den Fliegen da und es ist nicht in den Schweinefleisch und so drin, ja, deswegen sollte man das nicht reinlegen und ja, wenn man denen die ganze Zeit Licht und Wasser gibt, dann wachsen die auch ziemlich gut ich hoffe, ich habe euch geholfen und dann tschau